Wir sind Herr Brüssenwalzer für Saison 2005. Alles geht's mit, alles schuddelt mit, alles in Tatsch mit. Viel Spaß, Musik ab, auf geht's! Applaus 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 Jetzt ist es so schön, kann ich mal da unser kompletter Hund packe, da seht ihr unsere Damen auch mal voll mit kleinen Kleinen, gell? Aber auch noch nicht, ich bin da aus der Schule gekommen. Wie gut ist das, gell? Oh, ich kann schießen mit dem Zander, was tut das sonst gut? Also, das war schon mal schön, aber ich war auch schon in der Wahrheit. Damit man natürlich jetzt nicht anstehen, die noch nicht in der Höringur, haben wir natürlich ganz was selber gelassen. Und das ist jetzt ganz blöd eigentlich sauber gelaufen. Ich war vor ein paar Jahren, war nicht mehr in der Pfarreien. Da hab ich das heute noch anstehen mit den Hohenbädchen. Und da sind sie tanzt, und da verstanden waren sie, und gerade schön war sie, und die Mädels sind da, wie die Kokosnuss-Wiki ist da. Ich weiß schon, gab es aber, war ganz schön krank. Und dann haben wir gesagt, ich hab da noch kennengelernt und gesagt, dass ich tanzen da immer so. Und ich hab gesagt, du, wir sind die zwei mal so, wir haben sie verschenkt. Und nachher war es so, und ich hab gesagt, dass ich da schon mal gehurte, das war kein Problem. Und ich hab gesagt, wir tanzen da mal vor. Und dann haben die gedacht, so, wie guckt? Haben die vorganzt? Und ich hab's genau so, ich hab gesagt, Mädels, so gehen jetzt geht's, wenn ihr möchtet ihr euch üben. Ja gut, ich hab drei Jahre Zeit gehabt zu üben. Dann haben sie gesagt, sie üben und üben, und hab immer noch geübt. Mittlerweile ist ja dann das Üben vergangen, haben sich schon keiner angeschickt. Dann hab ich gesagt, gut, ich schau mal an, wo ist es jetzt euch da? Und jetzt haben sie mir eine E-Mail geschickt. Und das geht ja heute schon ganz gut mit in die Komooten da. Und nachher hab ich mir das angeschaut, hab ich ein E-Mail zugeschickt. Und hab gesagt, ich dachte, hey, gut, ihr könnt jetzt mal probieren bei uns. Und jetzt war noch dieses Problem, hat man gesagt, und wir mögen euch den Herren, die Kameraden, hat man gesagt, das war dann schon heuer im Sommer, hab ich gesagt, derzeit haben sie einen Frachter, ich schau dir da, und dann kommt sie rüber, dann sind sie da hinten rum rübergekommen. Und ich glaub, ich hab's ganz gut gemacht. Jetzt schauen wir mal, was sie zusammen gemacht haben. Gesehen, was da war in der Comanche. Und wir haben jetzt auch fünf Mädels aus Hawaii, sie zuhör reichen, oder irgendwie sowas, in der Show. Ich hab euch das super angehauen, jetzt können wir uns jetzt mal schauen, wie es bei uns kommt. Wir haben jetzt mal unsere Hunger-Mädchen. Auf geht's! Musik ab! Musik ab! Musik At he SNOW Musik Musik Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ZUGAMBE! 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 Ihr seid ZUGAMBE! Wollt ihr noch, dass Mitten an den Männlichen Rippen sehen? ZUGAMBE! Das ist mein Demo-Ger ZUGAMBE! Auch jetzt eine kurze ZUGAMBE! 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 Applaus 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 Vielen Dank.